Die Sommer werden immer heißer, brütende Hitze draußen, stickige heiße Luft drinnen. Sie brauchen endlich Abkühlung. Holen Sie sich Chill Tower aus dem Hause Livington, den Maxi-Tower mit Kühlungs-Power. Chill Tower ist der brandneue Verdunstungskühler, der Ihre Umgebung so effektiv abkühlt wie keiner zuvor. Er kühlt, erfrischt und reinigt die Luft, alles in einem Gerät. Und Sie bekommen endlich die Abkühlung, die Sie brauchen. Einfach den 1,5 Liter Wassertank füllen und auf Knopfdruck verteilen Sie in Windeseile kühle, saubere Luft in Ihrem Zuhause. Dank der drei Geschwindigkeitskühlstufen wählen Sie Ihre perfekte Temperatur. Das Geheimnis liegt in der genialen Hydro-Chill-Technologie. Die einzigartige Verdunstungstechnik verwandelt heiße Raumluft in Sekunden in eine angenehm kühle Meeresbrise. Ganz egal, wo Sie Chill Tower nutzen, im heißen Schlafzimmer oder beim Fernsehen im Wohnzimmer. Chill Tower kühlt Ihre Umgebung um bis zu 10 Grad ab. Hier der Beweis. Der Haartrockner erhitzt die Luft auf 35 Grad, aber Chill Tower kühlt sofort auf angenehme 24 Grad runter. Klimaanlagen sind sperrig, mühsam zu installieren, viel zu laut, unheimlich teuer und verbrauchen viel zu viel Strom. Aber Chill Tower ist deutlich leiser und super energieeffizient mit einem Verbrauch von 97% weniger Strom. Und das Beste, Chill Tower kühlt super umweltfreundlich, ganz ohne Chemie. Stellen Sie die exakte Temperatur ein, aktivieren Sie die Swing-Funktion oder nutzen Sie die Timer-Funktion. Chill Tower ist nicht mal einen Meter groß, extrem leicht und braucht weniger Platz als eine Stehleuchte. Tragen Sie mühelos von Raum zu Raum, ins Büro, ins Trainingszimmer, in den Wohnwagen oder die Garage. Chill Tower kühlt Sie immer und überall.